Hallo zusammen, hier ist er wieder zurück bei Black Mirror. Ich bin eure Nenia und so wie es aussieht, dürfen wir jetzt erstmal puzzeln. Ja, fangen wir mal einfach an. Das sieht aus wie eine Ecke. Ja, hinlegen. So, ähm, das sieht auch gut aus. Hä? Nee, doch nicht, oder? Doch, passt. Ha, seht ihr? Dann haben wir, brauchen wir noch eine Ecke. Probieren wir es mal damit. Ja, sieht gut aus. Machen wir hier so eine große, würde ich sagen, das ist das da. Schwupp. Und dann... Das hier... Äh, doch nicht? Doch, die Ecke, da sieht aus, als ob sie passt. Ah, seht ihr? Okay, da passt hier diese Nase rein. Schwupp. Dann brauchen wir etwas, was hier unten in diese Ecke passt. Das sieht aus wie das hier. Na, so. Dann... Ich zieh mal das jetzt zur Seite. Das nervt so ein bisschen. Ich würde sagen, das hier... Ein bisschen drehen. Kommt da oben hin. Schwupp. Und dann brauchen wir noch ein Randstück. Vielleicht... Ich würde sagen, hey, komm. Das sieht aus wie ein Randstück. Mal sehen, ob das passt. Ja. So, das ist was Kleineres. Was ist das? Sieht gut aus hier. Dann würde ich sagen, kommt das... Ah, doch nicht. Ach so rum wahrscheinlich. Ha, guck da. Da kommt's hin. Na. So. Und dann haben wir jetzt noch das hier. Ich muss dazu sagen, Leute, ich... Ich mag Puzzles. Ich mach das total gern. Und... Jetzt haben wir es schon zusammen. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt speichern kann. Nee, leider nicht. Mö, jetzt muss ich jetzt zurückgehen. Kann ich jetzt speichern? Nee, auch nicht. Da bekomme ich es nicht hin. Ich habe gern gespeichert, falls jetzt was passiert. Ich erkenne nicht viel. Das Blut von Dreien. Die Seele des Einen. Was soll... Himmel. Was ist das? Was geschieht hier? David! Na, kommen jetzt wieder ein paar Geister. Ein Traum in einem Traum. Bleiben Sie bei mir. Ja, ich würde sagen... Gemeinsam tun können. Okay. Nein! Er darf nicht wiederkehren. Komm zurück! Lauf mal, Edward! Äh... Wie heißt er jetzt? David. Da müssen wir hin. Untersuchen. Wie. Das ist der Chronik. Ein Schutzritual. Andrew scheint versucht zu haben, meinen Vater an einer Art Schutzritual zu hindern. Konnte ihr Vater es vollenden? Weiß ich noch nicht. Hm. Wir gucken mal. Aber erst will ich hier mal speichern. So, Leute. Und das Speichern ist immer blöd. Da das Spiel sehr willkürlich zwischenspeichert. Und jetzt gucken wir uns mal an, was uns hier gegeben wurde. Da, das Dach. Ob Lea das alles immer noch für Aberglaube hält? Hä? Der hat uns doch was gegeben. Der hat uns doch... Ach, da... Hier, da, Schatten. Da ist was. Da, 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 da. Komm, gib mal da hin. Nee, ein Foto-Teil. Nee. Der hat doch dieses, ähm... Ding in der Hand gehabt. Da hab ich gedacht, der hat das irgendwie übernommen. Können Sie sie sehen? Sehen Sie meinen Vater? Kaum. Nur im Augenwinkel. Gehen Sie voran. Ich folge nach. Okay, wir haben ja jetzt zwischenspeichert. Dann gehen wir jetzt mal hier weiter. So. Wo müssen wir jetzt hin? Wo müssen wir jetzt hin? Oh, da ist noch einer. Da ist... Rory. 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 Zwecklos. Hm. Ja, Rory ist nicht ansprechbar. Je, lauf doch mal weiter. Komm. Da dampft's ja. Oh, schaut mal. Das kennen wir doch vom Anfang. Aber... Tja. Können Sie sie sehen? Ne. Sehen Sie meinen Vater? Kaum. Nur im Augenwinkel. Gehen Sie voran. Ich folge nach. Na ja. Ich sehe sie ja auch nicht. Hm, vielleicht sind wir hier doch falsch. Gehen wir mal nochmal zurück. Okay. 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 Gehen wir mal hier durch. Aber eigentlich waren wir hier ja gerade erst. Da hier lang? Du entkommst mir nicht. Nicht mehr! Oh, nein! Nicht der Junge! Ah! Da muss ich da jetzt wieder was machen. Sieht so aus. Oh Gott! Was muss ich machen? Ah! Nee, nee, nee. Gleich sind wir im Oberen. Da, 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 da. Komm. Machen wir nochmal. Wir wissen jetzt, dass wir nicht nach oben gehen brauchen. Ich habe ja zwischengespeichert. Ich wollte jetzt vermeiden, das Puzzle nochmal machen zu müssen. Oh, da müssen wir irgendwie, ja genau, da hat er auch wieder gestartet. Aber wir wissen ja jetzt, wir müssen nicht nach oben. Wir gehen jetzt hier lang. Okay. So. Uh. Und hier lang? Du entkommst mir nicht! Nicht mehr! Oh, nein! Nicht der Junge! Ah! Ist er hier irgendwie hoch oder so? Nee? Oh Mann! Nein, 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 nein! Aha! Ah! Aber diesmal blinkte da ja auch nichts auf. So, so, so gar nicht. Was müssen wir da jetzt machen? So, ich gehe jetzt hier durch und dann mache ich nochmal einen Zwischenspeicher, damit ich nicht immer wieder den ganzen, na wobei, eigentlich ist es auch Quatsch. Wir kriegen das schon hin. So. Hier, hin und dann. Da ist der Geist. Nicht mehr! Komm. Oh, nein! Nicht der Junge! Ah! Das ist, als ob er da irgendwas versteckt hat, richtig? Aber da ist nichts. Ah, gehen wir mal hier lang. Jetzt wird es nämlich nicht dunkel. Gehen wir jetzt mal hier die Treppe hoch. Ha! Ich glaube, wir haben den Geist jetzt ausgetrickst. Hier oben. Jetzt sind wir wieder hier oben. Aber was müssen wir hier oben machen? Hm. Hier ist der Steinkreis. Aber hier ist jetzt nichts zum Untersuchen. Nichts blinkt auf. Oder geht hier das jetzt? Ha! Was müssen wir hier jetzt machen? Da ist der Geist. Das ist jetzt etwas verwirrend. Ein Geist ausgetrickst. Der konnte uns nicht umbringen. Aber richtig scheint es trotzdem nicht zu sein, weil es jetzt nicht weiter geht. Der rennt hier immer wieder dahin. Und normalerweise war das ja so, wenn wir hier irgendwie... Dann mussten wir irgendwas... Da blinkt was. Da blinkt doch was. Da blinkt doch was. Habt ihr das gesehen? Das ist das, was er jetzt da versteckt. Jetzt noch. Jetzt, komm. Jetzt, komm, komm, komm. Hier, untersuchen. Komm. Mano! Jetzt geht die Szene hier wieder von vorne los. Jetzt versuchen wir es nochmal. So, ist hier, komm. Jetzt, da. Ah, und jetzt ist der Geist oben. Alles klar. Wir waren zu früh oben. Geht er auch alleine? Oder auch nicht. Geht nur ein Stück alleine. So, jetzt gehen wir wieder hoch. Geht es hier. Ich weiß nicht, was ich zu tun ist, was ich zu tun ist. was ist hier gerade passiert ich hörte stimmen aber sie sehen eindeutig mehr als ich mein vater kam her um sich unsere familie von dem fluch zu befreien aber er entdeckte dass andrew viel schlimmeres vorhatte und versuchte ihn aufzuhalten der schwarze spiegel andrew wollte mit hilfe seiner macht edward oder was aus edward geworden ist in diese existenz ebene zurückholen in diese welt der nahe alles hier hätte ihn doch zeigen müssen dass der spiegel unkontrollierbar ist unberechenbar und hat ihr vater dieses schutzritual vollendet glauben sie es hat funktioniert ich bin nicht sicher aber ich glaube das hat es wie könnte er uns sonst noch immer helfen ich fühle dass er mich erreichen will aber ganz gelingt es ihm nicht ist es möglich ihn von dort wo er jetzt ist zu befreien das hoffe ich sehr wir müssen rory holen und zurück zum schloss bevor andrew den eingang findet wenn es nicht schon zu spät ist und wir müssen die anderen warnen wo kommt jetzt greift er uns hier an nicht doch die sind zu schwach für einen gorn genau wie ihr vater der mörder war immer der gärtner oder der butler noch nie noch nie tun was getan werden muss rory rory sind sie verletzt lassen sie mich mal sehen keine sorge mädchen mir geht es gut was hat enges gemeint dass sie ein mörder sind er hat nicht nur von sich gesprochen oder nur das gefasel eines sterbenden schluss mit den ausreden sie wollen unser vertrauen dann seien sie ehrlich schon gut es war vor langer zeit ich war nicht der der ich heute bin ich ich war jähzornig und ich trank in dieser nacht wo die ich wütend und gott gott vergib mir ich tötete meine frau und mein kind und die gordons sie sie haben es vertuscht genauso war es und ich glaube er ist edwards sohn was unmöglich nein kann nicht sein er ist was ist er war ich weiß sie ihn weg geben ich wusste wir hätten ihn besser umgebracht sie gaben seelias baby weg was war mit ihrem mann edward hat er sich längst um ihn gekümmert darum arbeiten sie all diese jahre hier wegen dieser schuld ich bin ein eigennütziger mann habe hier versteckt aus angst die gordons zeigten mich an und edward wussten sie es ich wusste es ich wusste was er tat aber ich war zu feige um etwas zu unternehmen die stimmen die sie vorhin hörten war das ihre frau sie und cecilia wir müssen zurück könnt ihr mir aufhelfen bringt mich zurück ins gewächshaus ich muss euch etwas zeigen ja dann gehen wir mal zurück ins gewächshaus das sehen wir was beim nächsten mal ich bedanke mich für heute fürs zuschauen bis dann tschüssi